Ja, wenn man einen Menschen gut riechen kann, dann hängt das nicht immer am Aussehen des Menschen, am Geruch des Menschen, sondern am Parfum des Menschen. Und wir haben hier in dieser Sendung jetzt vier außergewöhnliche Parfums für Sie vorbereitet. Zwei für Damen, zwei für Herren, also den richtigen Duft für immer zu jeder passenden Gelegenheit. Und beginnen tun wir mit den Damendüften und hier mit einem unserer Bestseller. Und das ist ja auch kein Wunder, weil dieser Duft ist ja wirklich außergewöhnlich. Es ist ganz ausgewöhnlich. Wir haben hier unser Sarah Lynn Gold und das ist ein wirklicher Klassiker. Der ist so beliebt bei Ihnen zu Hause. Der wird hier immer bestellt und bestellt und bestellt und wir kommen quasi gar nicht nach. Wir sind immer froh, wenn wir wieder Lieferungen da haben. Und jetzt ist gerade wieder was da von unserem Sarah Lynn Gold. Ein ganz, ganz besonderer Duft. Ein Ausdruck von Eleganz und Luxus, also eine blumige Nuance, hat aber auch was Frisches für wirklich den großen Auftritt. Also das kann eine Dame toll tragen. Etwas ganz Besonderes. Ja und ich sehe hier auch gleich zwei Flakons. Das heißt, wir kriegen hier für den Preis von 6,90 Euro nicht nur ein Flakon mit 50 Milliliter, sondern gleich zwei. Ja, das ist clever gelöst nämlich, weil wir haben uns überlegt, normalerweise, es gibt ja immer einen großen Flakon mit 100 Milliliter dann. Hier bei Sarah Lynn gibt es zwei Flakons ab 50 Milliliter dann zum Preis von 6,90 Euro zu Ihnen nach Hause. Und das ist für die Damen ganz eine tolle Idee. Da kann ein Flakon dann hier direkt in die Handtasche und der andere, der kann im Badezimmer stehen bleiben. So hat man dann immer überall seinen kleinen Parfumflakon hier mit dem tollen Sarah Lynn Gold stehen und kann dann immer nachlegen. Und dufte doch mal. Ich bin gespannt, ob du es magst. Ja, ich kenne es ja schon, weil... Wir haben eine ganz tolle Kopfnote. Die ist ganz, ganz frisch mit Bitterorange und Ingwer. Ganz frisch. Man riecht gleich fruchtig. Und Kathi ist so eine Frau, die eigentlich täglich einen anderen Duft hat, aber dann wiederholen sie sich doch immer wieder. Und immer wenn sie Sarah Lynn Gold trägt, dann rieche ich das sofort. Und es ist ein so außergewöhnlicher Duft, wenn man den einmal in der Nase hatte, dann erkennt man ihn sofort. Und ich finde, also das ist wirklich ein Duft, der auch jetzt im Winter gerade auch ein bisschen Frühling ausdrückt. Weil der macht frisch, der macht sportlich, der hat so einen luxuriösen Hauch, aber auch eine Form von Eleganz. Ich finde, dieses Gold, Sarah Lynn Gold, ich glaube, das sagt schon alles, weil hier ist der Name wirklich Programm. Ganz, ganz schöner Duft. Sehr elegant, finde ich ihn. Denn wir haben gesprochen, die Kopfnote ist wirklich frischer. Also am Anfang riecht es so ein bisschen frischer, wenn man es zum ersten Mal riecht. Und dann wird es blumig. Die Herznote ist hier Jasmin und so tolle Basisnoten hier. Also das, was den Duft trägt, das sind hier Strüachs, Bernstein und Patchouli. Und ich finde gerade dieser Bernstein, der macht das halt nochmal so rund alles. Und das ist ein Duft, der bleibt lange auf der Haut. Der entwickelt noch richtig seinen Charakter, wenn man den dann aufgesprüht hat. Und sie werden ihn lieben. Sie werden ihn dann auch ein bisschen über die Haare machen wahrscheinlich, dann über ihren Schal auch noch. Weil den kann man einfach den ganzen Tag riechen. Den möchte man auch immer wieder zwischendurch riechen, weil er einfach so, so gut ist. Ein toller Duft. Ja, das ist auch, wenn es mehrere Damen im Haushalt gibt, ein Duft, um den wir streiten werden. Nee, ich nehme den heute. Nee, lass mich. Nee, können wir nicht beide. Nee, wir können doch nicht den gleichen Duft haben. So, meine Herren, Sie kennen das, die typischen Frauengespräche. Wenn Sie also eine Tochter so ab 14 haben und Ihre Frau, dann werden Sie sicher erleben, wie es beide benutzen wollen. Aber für Sie kann es nur gut sein, denn wenn beide Damen im Hause hervorragend riechen, das ist doch mal was Angenehmens. Zwei Flakons haben wir hier zum Preis von einem im Prinzip 100 Milliliter und das für 6,90 Euro. Der Bestellnummer NC 4870 und der 569 im Moment wieder lieferbar. Aber die Severlin ist so gefragt, dass ich sicher bin, dass wir bald wieder ausverkauft sind. Deshalb schlagen Sie schnell zu. Aber wir haben ja noch einen weiteren Damenduft. Und hier muss ich sagen, gefällt mir gleich mal auf den ersten Blick das Flakon außergewöhnlich gut. Das ist unser tolles Indie by Indie. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gesehen haben. Das ist wirklich ein Duft, der kommt jetzt wieder. Das finde ich ist so ein Duft für Frühling und für den Sommer. Wir sehen hier, der Flakon ist natürlich schon ganz anders gestaltet. Das ist ein sehr jugendlich, sportlich, dynamischer Duft. Und ich finde gerade diese Dynamik des Duftes wird hier durch diesen Flakon, schau mal wie geschwungen, der ist sehr gut verkörpert. Ja, wie ein Kleid, aber dann noch mit dieser Drehung drin. Also wirklich diese tolle Dynamik hier in dieser Spiralform wird hier ausgedrückt. Und der ist 100% alltagstauglich. Der passt zu jeder Gelegenheit. Und ich finde, dieser Duft, wenn du den aufträgst, der strahlt so richtig diese Lebensfreude aus. Sprühe mal ein bisschen. Möchtest du mal? Ich muss das selber noch ein bisschen wegmachen hier. Und jetzt Indie bei Indie. Oh ja, du hast recht, so ganz was frisches, jugendliches, da hast du gleich recht. Ich finde, der hat so eine leichte Würze. Ganz, ganz leicht und wird dann aber süßlich und so ein bisschen blumig auch. Ganz toll. Mich erinnert der wirklich immer so ein bisschen an den Sommerurlaub. Ganz, ganz schöner Duft. Sehr, sehr angenehm. Ich glaube, den könnte ich wirklich den ganzen Tag riechen, weil das ist so, oh, der ist toll. Herrlich. Den würde ich auch direkt so aufs Kissen sprühen, glaube ich, auf die Vorhänge zu Hause, wenn man dann reinkommt, dass man das direkt riecht. Weil das ist so ein Duft, ich finde den toll. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn eine Dame mit diesem Duft an mir vorbeiläuft, dass du da einfach mal hinterher schaust. Du bist unabhängig von der Frau, einfach wegen dem Duft, du willst wissen, wer trägt diesen Duft. Das ist die Jugend, das ist Dynamik und also Flacon sieht hervorragend aus. Der Duft ist wirklich außergewöhnlich gut. Ich weiß nicht, wie ich ihn anders umschreiben soll. Meine Herren, Sie können es sicher nachvollziehen, wenn Sie Ihre Frau mal fragt, oh, wie riecht denn mein neues Parfüm? Dann sagen Sie entweder gut, nee, Sie sagen meistens gut, weil wenn Sie schlecht sagen, haben Sie wieder einen Ärger zu Hause. Aber hier werden Sie begeistert sein, werden sagen, wow, das ist mal was ganz, ganz Neues. Ganz frisch, ganz aktiv, dabei aber nicht irgendwie aufdringlich oder so, sondern wirklich sehr, sehr schön. Dabei noch eine gewisse Eleganz, diese Aktivität, wir sehen es hier ganz toll in diesem Flacon. Du hast es, glaube ich, sehr gut beschrieben, das Abendkleid, aber trotzdem dann diese Frische, auch in der Farbe schon. Und dann diese Aktivität hier, Lebensfreude pur, unser Indie by Indie. Und auch das heute zu einem unglaublichen Sonderpreis, 6,90 Euro. Das kostet normalerweise 50 Euro. Ja, wundert mich auch nicht. Geh mal in eine Parfümerie und sag, du hättest gern 100 Milliliter für 6,90 Euro. Das werden Sie nicht bekommen, bei uns geht es. Indie by Indie mit der Bestellnummer NC 4999 und der 569. Wie gesagt, für 6,90 Euro. Ein Duft, den man nicht so schnell vergisst, der bleibt einfach in der Nase. Und meine Herren, kaufen Sie ruhig auch mal was für Ihre Frau. Denn Sie profitieren am meisten davon, wenn Ihre Frau noch besser riecht als sonst. Dann hat man doch auch als Mann so ein Lächeln im Gesicht, finde ich zumindest. Ja, und damit kann man auf jeden Fall ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Ein schöner Duft für jedes Alter, aktiv, Lebensfreude pur. Hier unser Indie by Indie. Ein wunderschöner Duft in diesem tollen Flakon. Schau mal, wenn ich den drehe, wie hübsch der aussieht hier. Da sieht man richtig diese Spiralform nochmal so ein bisschen. Ganz, ganz schick gemacht. Mit der Bestellnummer NC 4999 und der 569. Jetzt lieferbar 6,90 Euro. Ich kann es immer noch gar nicht glauben. So ein Wahnsinnsduft. Und ich finde es immer noch sehr, sehr schade, dass es kein Geruchsfernsehen gibt. Denn dann könnte ich Ihnen jetzt von unserem Indie by Indie eine Prise rüberschicken. Oder auch vom Sauerling Gold. Und dann hätten Sie direkt entscheiden können, welches der hervorragenden Düfte denn der richtige Duft für Sie ist. Oder respektive natürlich für Ihre Frau. So, sage ich, vertrauen Sie uns einfach beide Düfte hervorragend. Und da Frauen gerne mal Abwechslung machen, bestellen Sie einfach beide Sauerling Gold. Und Indie by Indie. Jetzt kommen wir noch zu einer kleinen Aufmerksamkeit, mit der man einfach mit wenig Aufwand ganz, ganz viel ausdrücken kann. Und Kathi hat unser Herzkettchen schon angelegt. Und hier sehen wir es in dieser wunderschönen Schmuckschatulle. Natürlich ein echtes Schmuckstück von Sandleonard. Und wenn man das mal anschaut, ein Glasherz mit einer 45 Zentimeter Kette. Und in dem Glasherz ist echtes Blattgold. 23 Karat Goldsplitter sind da drin. Und was ich schön finde, mit jeder Bewegung verändert sich eigentlich die Lage. Und je nachdem, wie das Licht dann drauf fällt, gibt es immer ein anderes Muster. Also ein sehr, sehr schönes Geschenk. Einfach mal zwischendurch, um die Zuneigung auszusprechen. Ich bin auch totaler Freund davon. Ich finde das ja so schön. Als ich das das erste Mal gesehen habe, war ich schon total begeistert. Gerade weil dieses Blattgold hier in diesem Herz schwebt. Also es verändert sich wirklich. Wenn ich das hier mal so ein bisschen wackeln lasse, dann sieht man das, glaube ich, ganz gut. Hier ist dieses Blattgold und das bewegt sich in diesem Herzchen. Das schwebt hier drin. Schauen Sie mal, wie toll das aussieht. Dann setzt sich das so ein bisschen ab. Das funkelt, das glitzert. Das ist hier wirklich was ganz, ganz Besonderes. Das ist so ein Zeichen der Liebe, wenn man sich das kauft oder das auch verschenkt. Und gerade bei dem TV-Sonderpreis. Und wir haben nur noch wenige Stückzahlen. Es geht uns langsam aus, weil wir haben einen wahnsinnspreis gemacht. Fünf Euro haben wir gedacht. Geben wir Ihnen das jetzt mal raus. Normalerweise über 50 Euro hier. Das ist echtes Blattgold, was da drin ist. Ich betone das nochmal. Echtes Blattgold hier in diesem tollen kleinen Herz. Das bewegt sich hier in dieser Flüssigkeit. Schauen Sie sich das mal an. Das ist wirklich was ganz Schickes. Was ich auch schön finde, ist die große, große Öse. Wo jetzt das Goldkettchen durch ist. Da kann ich jederzeit auch mal das Kettchen variieren. Wenn ich so einen Reifen habe oder auch so ein Kautschuk oder Lederbändchen. Auch dazu sieht unser Goldherz mit Sicherheit hervorragend aus. Und der Preis sensationelle. Fünf Euro für dieses wunderbare Schmuckstück in der wunderbar schönen Schatulle. Die Schmuckstück ist natürlich mit dabei. Und das sieht so aus wie so ein kleines, wie so ein kleiner Schubladen. Wie eine kleine Schublade. Schauen Sie mal. Das hat vorne diesen kleinen Anhänger. Und das mache ich so rein. Und dann habe ich hier diesen kleinen Knopf. Und ich finde das sieht herrlich aus. Ist auch sehr, sehr schick gemacht. Und wenn du das dann so aufziehst und das Herzchen ist dann hier so drin. Das ist wirklich was ganz Besonderes, wenn man das dann schenkt und sagt, hier Schätzchen, das ist für dich in dieser tollen Verpackung. Hier sehen wir es nochmal. Also ganz, ganz schick. So kommt das dann zu Ihnen nach Hause. Und ich sage es nochmal. Es ist echtes Blattgold hier in diesem Herz. Das bewegt sich richtig in dieser Flüssigkeit hin und her. Ja, traumhaft schön, wirklich. Also, ah, toll. NC 4750 und die 569. Das ist die Bestellnummer für dieses wunderbare Glasherz. Gefüllt mit 23 Karat Goldsplittern. Also ein wirklicher Hingucker. Ein Highlight. Ein Geschenk, das ausdrückt, ich liebe dich. Und so eine kleine Aufmerksamkeit. So zwischendurch einfach mal nicht zu besonderen Anlässen. Das ist doch auch mal ganz nett. Ihre Frau wird sie zwar fragen, was hast du angestellt? Aber dann können Sie ja sagen, gar nichts. Ich möchte dir nur mal wieder was schenken. 5 Euro. Das ist ein Preis, den ich mir persönlich gefallen lasse. Und ich finde es eigentlich schon eine Sensation. Ein so tolles Schmuckstück für diesen Preis. Es ist auch einfach schon toll. Toll. Ich freue mich immer, wenn wir unseren Kunden solche tollen TV-Sonderpreise dann auch anbieten können. Für so etwas Wunderwunderschönes. Und dann bestelle ich mir da jetzt auch gleich mal drei, vier Stück und lege die in die Schublade. Aber die kannst du immer verschenken. Das ist so ein tolles, kleines Geschenk. Bibi, warte mal vier Stück. Also eins für die Frauen, drei für die verschiedenen Freundinnen. So habe ich es jetzt nicht gedacht. Aber ich habe zum Beispiel meine Cousinen. Und die freuen sich über so etwas wahnsinnig. Und man hat vielleicht dann mehrere Enkelin. Und wenn man denen das dann schenkt, die freuen sich auch, wenn sie dann das Gleiche haben. Und jedes der Mädels hat dann so ein tolles Herz um. Oder für die Freundin, wenn man vielleicht auch im Verein ist, weißt du, man hat so eine kleine Kegeltruppe. Dann schenkt man jedem Mädel so eins. Bei 5 Euro, da rufe ich euch jetzt direkt an und bestelle direkt mal 5, 6 Stück oder so. So, meine Herren, jetzt sprechen wir mal über uns Männern. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir geht es einfach so. Wenn ich ein Parfum habe, das mir persönlich besonders gut gefällt, dann hat man einfach schon mal beim Auftreten mehr Selbstbewusstsein. Man weiß, man riecht gut. Und man weiß auch, die anderen riechen das genauso. Und da kommen wir zu unserem ersten Angebot heute. Tom Kobani Black. Das ist ein ganz, ganz besonders kerniger Duft für den modernen Mann für heute. Ich habe es auch zu Hause. Und ich muss sagen, ich spare es mir eigentlich für besondere Anlässe aus. Wenn du abends mal ins Theater gehst oder so, dann nehme ich diesen Duft. Oder du gehst mal auf eine andere Abendveranstaltung, dann nehme ich Tom Kobani Black. Ja, es ist hier wirklich ein Duft, du kannst ihn für besondere Anlässe nehmen. Ich finde aber auch im Alltag ist es sehr gut zu tragen. Gerade bei starken Männern, du hast gesagt, kernig ist dieser Duft. Also gerade ein bisschen kräftiger Männer, finde ich, können so einen schönen Duft den ganzen Tag tragen. Also es muss natürlich auch mal ein bisschen zum Charakter passen, aber der Duft ist wirklich ein Traum. Wir haben hier Tom Kobani Black. Der ist am Anfang sehr frisch, wenn du ihn riechst, wenn du mal so ein bisschen schnuppern möchtest. Hat eine Kopfnote aus Melone, Mandarine und Gurke. Also wirklich sehr, sehr frisch kommt er dann daher. Die Herznote, das, was Sie so ein bisschen dann danach wahrnehmen, das sind hier Basilikum und Salbei. Also mehr würziger wird es dann. Und dann die Herznote, auf dem das Ganze, die Basisnote, auf dem das Ganze dann beruht, das ist hier Leder, Hölzer und Moschus. Und das ist natürlich was ganz Feines. Denn Leder, Hölzer und Moschus, das ist ja wirklich dieses Würzige dann, dieses Kräftige. Ja, dieses Männliche. Das Männliche. Und gerade Moschus wirkt natürlich sehr, sehr anziehend auch auf die Damen. Sie kennen das vielleicht. Und wenn man das dann riecht, das ist, finde ich, so ein Duft, den erkennst du auch aus tausenden von Düften erstmal wieder. Weil er wirklich so speziell ist. Und er hat wirklich etwas sehr, sehr Männliches. Da riecht man als Dame direkt nochmal nach. Wenn der Reif den aufträgt, dann ist man direkt so, warte, habe ich das richtig geräumt? Dann will man direkt nochmal riechen und will sich in deiner Nähe aufhalten, weil der wirklich so... Komm nur, komm nur, komm nur ein bisschen näher. Kein Problem, darf es ruhig zu mir kommen. Der wird ja wirklich so toll riechen. Nein, aber das ist ein Duft, den kannst du auch die ganze Zeit riechen. Der wird dir nicht über, sondern da willst du immer mehr von haben. Der hat wirklich dann diesen Suchtfaktor, möchte ich beinahe sagen. Moment, Moment. Es ist wirklich so. Riecht mal. Komm doch mal zu mir. Also ein wirklich hervorragender Duft. Ich finde ihn toll. Wenn Sie sagen, Düfte wirken nicht, muss ich Ihnen widersprechen. Dieser Duft Tom Cobani Black, der wirkt wirklich. Und auch bei Ihrer Frau wird er mit Sicherheit wirken. Sie wird sagen, wow, hast du einen neuen Duft? Was ist denn das? Hast du wieder viel Geld ausgegeben? Ja, das ist ein Tom Cobani. Dann kommt immer noch so eine Schimpfe dazu. Hast du wieder unnötig Geld rausgehauen? Dann können Sie sagen, nee, war ganz günstig. Habe ich nämlich bei Pearl bestellt. Für 6,90 Euro und zwar 100 Milliliter Eau de Parfum. Da reichen vollkommen zwei Spritzer, reicht den ganzen Tag. Und man riecht wirklich hervorragend. Und das ist ein echter Tom Cobani. Normalerweise liegt er hier bei 50 Euro, die Flasche. Heute zum TV-Sonderpreis 6,90 Euro. Greifen Sie da gerne zu. Sie ist auch jetzt wieder lieferbar. Wenn Sie da auch gleich einen kleinen Vorrat anlegen möchten, bitte gerne. Ja, die NC 4872 und die 569. Das ist die Bestellnummer für unser Tom Cobani Black. Ach, toll. Und probieren Sie es einfach mal aus. Sie werden es auf keinen Fall bereuen. So, jetzt habe ich gesagt, ich benutze Tom Cobani Black für die besonderen Anlässe abends mal wegzugehen, weil ich habe ja noch einen Duft für Tagsinnahmen. Gerade wenn man sich mal sportlich betätigt, nach dem Sport, nach dem Duschen. Oder einfach, wenn man sportlich wirken will. Das ist ja auch mal so ein bisschen, kann man ja mal sagen, okay, ich suggeriere durch meinen Duft einfach, dass ich ein sportlicher Typ bin. Und dann sind wir hier bei Tom Cobani wieder richtig. Und hier haben wir jetzt das Parfum Sport. Ja, das ist ein Eau de Toilette. Und das finde ich wirklich ganz, ganz klasse. Das habe ich selber schon meinem Bruder auch mitgebracht. Weil der macht ja wirklich auch viel Sport. Der ist viel unterwegs. Und ich finde, so ein Eau de Toilette, das kannst du immer im Auto einfach mal haben. Oder auch irgendwie in der Sporttasche. Und kannst dann zwischendurch den Duft immer mal wieder auffrischen. Beim Eau de Toilette, finde ich, geht das sehr, sehr gut. Und das ist, wie du schon gesagt hast, so ein frischer Duft. Das riecht, finde ich, immer so ein bisschen wie gerade frisch geduscht. Also sehr unaufdringlich, sportlich. Für mich ist das der perfekte Alltagsduft für, ich sage mal, den gepflegten Mann von heute. Eben unaufdringlich. Es gibt ja so Düfte, die bedrohen schon einen. Dann springt er da vorbei. Aber der ist wirklich unaufdringlich, sportlich, elegant. Und es ist einfach für den modernen Mann. Und wenn du es riechst, man riecht richtig diese Kopfnote. Das ist hier Justus, Zitrone und Ingwer. Also wirklich sehr, sehr frisch am Anfang. Die Herznote dann ein bisschen würziger dann auch mit Lavendel, Zypresse und Geranie. Basisnote Bernstein. Also wirklich ein frischer Duft. Der riecht, als ob sie gerade aus der Dusche kommen. Als ob sie gerade schön im Fitnessstudio waren quasi. Sehr, sehr sportlich, locker. Auch so diese Lebenslust alleine wird. Hier finde ich wieder ganz toll ausgedrückt durch diesen Duft. Also ein dynamischer Duft. Ja, also das sind zwei Düfte, die wir Ihnen jetzt gerade gezeigt haben, meine Herren. Einmal dieser Tom Cobani Sport. Der ist also wirklich für jeden Tag bestens geeignet. Ich benutze dann Tom Cobani Black mal für den besonderen Anlass. Und das würde ich Ihnen genauso raten. Und egal für welchen Duft oder ob Sie sich für beide entscheiden, Sie haben auf jeden Fall den richtigen Duft gewählt. Ihre Frauen zu Hause, wenn Sie Töchter haben und vielleicht die Schwiegermutter noch ab und zu zu Besuch kommt. Und natürlich auch Ihre Frau wird es Ihnen danken. Denn Sie verbreiten mit diesem Duft schon mal gute Laune. Nicht mehr nur in der Wohnung, auch vielleicht am Arbeitsplatz. Man hat einfach ein ganz anderes Lebensgefühl, wenn man so gut riecht. Das denke ich auch. Und gerade zum Beispiel, wenn man auch lange im Auto gesessen hat oder so. Wenn man dann den Duft auffrischt, also wenn man den im Handschuhfach hat zum Beispiel, dann einfach nochmal auflegt, dann finde ich, fühlt man sich auch gleich viel besser. Man fühlt sich viel frischer. Ich mache das auch. Ich habe auch einen Duft dann immer in der Handtasche. Und wenn ich dann merke, ich fühle mich so ein bisschen schlapp und dann sprühe ich einfach ein bisschen. Und dann denke ich, jetzt ist die Welt wieder in Ordnung. Alles ist schön. Und die Menschen nehmen dich dann auch gleich ganz anders wahr. Das stimmt auf jeden Fall. Mit einem guten Duft hat man schon am Anfang gleich, das ist ja die ersten paar Sekunden, sind glaube ich entscheidend für die Einschätzung von den Menschen. Und wenn man dann gut riecht, hat man schon mal gleich ein paar Pluspunkte. Wenn man sich dann nicht gleich zu einem ganz dummen Spruch versaut, dann hat man eigentlich schon fast gewonnen. NC 4871 und die 569. Das ist die Bestellnummer für unser Tom Kobani Sport. Und auch hier der sensationelle Preis von 6,90 Euro für 100ml Eau de Toilette. Ein toller Duft. Also ich würde auch, glaube ich, beide in Kombination kaufen. Das Eau de Toilette, wie gesagt, das kann man den ganzen Tag immer mit dabei haben. Immer wieder mal auftragen. Sportliche Frische. Der perfekte Alltagsduft für den gepflegten Mann von heute. Ein wunderschöner Duft hier aus dem Hause Tom Kobani. Designer Düfte zum kleinen Preis hier bei uns bei Pearl TV. Schlagen Sie da gerne zu, bevor Sie dann wieder ausverkauft sind. Die Telefonnummer ist die 0180 51 51 3 mal die 2. Und wenn Sie auch in den anderen Sendungen noch was finden, rufen Sie an, so oft Sie möchten. Denn all Ihre Bestellungen eines Tages werden gesammelt. Das heißt, Sie zahlen da nur einmal pro Tag Porto und Versandkosten. Deshalb einfach anrufen und bestellen. Meine Herren, schlagen Sie zu. Sarah Lynn Indy bei Indy für Ihre Frau und Tom Kobani für sich selber. Und dann viel Spaß.